We have five students from our stream section that have made the trip out here with us. Fünf Schüler von dem Streitorchester sind mit auf die Reise gekommen. They're going to play the Mozart-Streitquartett in D. Sie werden das 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 Mozart-Streitquartett in D. mit den jungen Schülerinnen und Schülern regelmäßig zusammenarbeiten. We brought one of those with us on the trip by our French-Horn-Player Mike McCoy. Einer davon ist mitgekommen, einer davon ist mitgekommen, der Hornist Mike McCoy. Und Sie spielen jetzt das Mozart-Hornquintett, das für einen sehr fortgeschrittenen österreichischen Hornisten geschrieben wurde. Nach diesem Stück gibt es eine kurze Pause von etwa 10 Minuten. Ich darf Sie einladen, in etwa 10 Minuten danach wieder Platz zu nehmen. Vielen Dank. 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 Jetzt ist eine 10-minütige Pause. Dankeschön.